Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um ein Template oder eine Art und Weise, den eigenen Song zu strukturieren für Kick-basierte Musik, also Musik, die sehr stark auf die Kick ausgelegt ist, sowas wie Drum'n'Bass oder Techno oder im Allgemeinen elektronische Musik. Aber legen wir doch einfach mal los. Ich habe jetzt hier mal so einen Aufbau hingebaut, wie ich das machen würde oder wie ich das mache, wenn ich elektronische Musik produziere. Und zwar ist bei elektronischer Musik, gerade im Bereich Drum'n'Bass oder Techno, ist ja die Kick und auch der Bass das dominante Instrument und sollte auch immer durch den Mixing durchstechen. Dementsprechend muss man dann noch immer entsprechende Sidechains erstellen. Und im Laufe der Zeit habe ich mir da so ein Template zusammengebastelt, was ich nicht als Template so vorneweg benutze, sondern das entsteht immer im Laufe des Tracks. Aber ich wollte einfach nochmal kurz den Aufbau dieses Templates erklären, was ich da eigentlich tue. So ganz generell habe ich meinen kompletten Track immer in einem quasi Master-Track drinnen, den ich auch immer Track nenne. Das hat mehrere Gründe, warum ich das mache. Das ist für mich einfach wesentlich einfacher. Ich kann hier den kompletten Track hier oben rumschieben. Ich kann den kompletten Track einfach mal eben schnell duplizieren und quasi an einer Kopie rumarbeiten, wie ich das möchte. Da habe ich dann einfach nochmal alles drin. Und dann machen wir den wieder weg. Und ich kann den auch muten komplett und könnte mir ein paar Referenz-Tracks irgendwie noch reinlegen, die ich separat abspielen kann. Also es gibt eine Menge Vorteile für mich, die ich sehe, indem ich so einen Track hier anlege. Dann habe ich so einen Track strukturiert, dass hier als erstes die Stimmen kommen. Vox, die sind bei mir immer gelb. Und dann kommen hier darunter Lied, da kommen die ganzen Melodien und Instrumente, die irgendwas mit der Melodie und Begleitmelodien zu tun haben. Dann die ganzen Effekte in FX in grün. Und die Bässe dann in braun. So, und da das eine sehr Kick-orientierte Musik ist, habe ich diese drei Kanäle, also Lied, FX und Bass, in dem Fall eben den Bass auch da rein, habe ich nochmal eine Untergruppe gemacht, die habe ich Sidechain genannt. Sodass ich hier im Groben habe Vox, also für Stimmen, dann die gesidechaineden Kanäle, dann die Drums mit allen möglichen Untergruppen und sonst was. Und dann habe ich hier darunter noch die ganzen Effekt-Aux-Kanäle. Die packe ich nicht hier unten rein, da ist zwar nochmal einer, der ist aber leer in dem Fall. Und hier habe ich dann die entsprechenden Effekt-Kanäle drin, sodass ich das komplette Arrangement in meinem Track-Bus habe. So, und bei den gesidechained gruppierten Gruppen habe ich halt deshalb drin, dass ich hier zum Beispiel nur eine Sidechain-Definition machen muss, für die Kick und nicht in jeder einzelnen Gruppenspur, oder wenn es ganz blöd läuft, in jeder einzelnen Spur. So, ich habe jetzt einfach mal so einen kleinen Track zusammen, der geht ungefähr so. Das ist nicht ein Traum. So, und so geht der Track dann weiter. Im Folgenden kommen dann Wiederholungen von dem Anfangsstück zusammen mit den Drums. So, und jetzt habe ich ja gerade eben erzählt, das wäre jetzt zum Beispiel so ein elektronisches Stück, wo die Drums ziemlich vorne sein sollten. Und wenn ich mir das jetzt hier so anhöre und mal so auf die Drums mich konzentriere, höre ich die zwar relativ klar, aber ich möchte sie unter Umständen noch wesentlich klarer haben. Das kriege ich halt nur durch ein Sidechain hingehen. Es gibt eine Möglichkeit, den klassischen Sidechain mit einem Kompressor, den stelle ich hier jetzt nicht vor, weil Bitwig halt da einfach schönere Möglichkeiten hat mit dem Sidechain-Modulator. Es gibt die klassische Variante, ich nehme einen Tool-Device, packe hier so einen Sidechain-Modulator rein und wähle mir hier die E-Kick aus. Diese hier. Und gehen wir hier wieder auf den Sidechain-Bus. Das heißt, ich habe hier die E-Kick ausgewählt mit einem Pre und jedes Mal, wenn die reinballert, ich mache das jetzt mal hier, drehe ich hier das Volume runter. So, und jetzt habe ich natürlich hier Rise und Fall, wie bei einem Kompressor, Attack und Release. Das ist ja überall so ein bisschen anders. Und jetzt kann ich einfach die Lautstärke hier runterdrehen. Und mit dem Release, mit dem Fall, kann ich jetzt zum Beispiel noch sagen, wie auffällig das sein soll. und dann entsteht auch relativ schnell das Pumpen. Machen wir das gerade mal. Und je weiter ich natürlich den Release nach hinten lege, desto länger wartet er, dass er wieder zurückregelt. Wenn ich das halt einfach zu lange mache, dann regelt er halt gar nicht mehr zurück. Das wäre jetzt so ein ganz typisches extremes Kompressor-Pumpen, das ich jetzt halt einfach mit dem Tool-E-Macher. Eine andere Möglichkeit ist, ich mache genau auch wieder diesen Sidechain-Modulator, auch wieder mit der E-Kick, hier auf die Frequenzen und schiebe einfach von unten die Frequenzen frei für die Kick. Das muss nicht immer richtig sein, wenn man hier mal so guckt. Die Kick, die greife ich hier so über 100 Hertz ab und hier unten schiebe ich schon die Tiefenfrequenzen weg. Also hat man hier einen Sub-Bass, dann verschwindet der hier auch, wenn die Kick hier oben am oberen Rand klopft, sage ich jetzt mal. So, wenn wir das jetzt nochmal anhören. Das pumpt dann nicht ganz so, aber man hört dann schon, dass die Tiefenfrequenzen weg sind. Da pumpen nur die Tiefenfrequenzen so ein bisschen. Also einerseits kriege ich den Track zum Pumpen, wenn ich das möchte und andererseits mache ich halt in dem Moment, wo die Kick schlägt, kriege ich die halt komplett voll in den Mix. Im Gegensatz, wenn ich das einfach so laufen lasse. Oder mit dem Tool-Device. Man kann ja auch nochmal schön sehen, wie sich der Rhythmus verändert, je nachdem, wo ich hier den Release oder den Fall hin packe. Gibt es einen schönen Rhythmus, ein schönes Pumpen. Oder es gibt halt einfach so, naja, geht auf und zu. Passt einfach mal auf. Das hier ist so ein bisschen der Sweet Spot, würde ich mal so sagen. Und ich drehe den jetzt einfach mal aus, dass die Kick nur ganz kurz durchsticht quasi. So ein Bang, Bang, Bang. Servus. Und jetzt verändert sich der Rhythmus einfach zu einem... So in der Art. Also das heißt, ich kann hier schön meinen Sidechain für die Kick reinpacken. Wenn ich für die Bässe das noch haben will, dann kann ich den Bass auch nochmal separieren können. Dann quasi zwei Sidechains für Kick und Bass, je nachdem. Wobei in dem Fall würde ich dann eher gucken, dass ich den Bass mit der Kick so ein bisschen vereinen kann und das Signal dann so ganz generell in den Mix Sidechain kann. Also das Standard-Template für so eine Kick-orientierte Musik wäre halt bei mir eben, dass ich die Sprache draußen lasse, weil die soll nicht gekickt werden. Die findet ihr auch meistens irgendwo oben bei, keine Ahnung, irgendwas 800 Hertz bis 3 Kilohertz oder so, 3,5 Kilohertz statt. Die brauche ich eher nicht von der Kick zu Sidechain, aber alles so, was Melodie oder Begleitmelodie ist, alles was Effekt ist, könnte, wenn es nicht gerade nur Riser sind und Bass sind, sollte von der Kick getrennt werden. Das kann ich halt wunderbar mit so einem extra Sidechain-Bus. Und ja, so sieht dann mein Template dann im Endeffekt aus. Aber wie gesagt, das baue ich jedes Mal von neuem auf, weil jeder Song hat so seine eigene Anforderungen. Dann ist die Frage, ob ich schneller bin mit so einem Template aufbauen oder nicht. Ich für mich habe die Erfahrung gemacht, ich bin schneller in dem, wie sich der Song entwickelt, wenn ich da nicht an feste Strukturen festhalte, die ich vorgebaut habe. Ich gehe immer mit einem leeren Blatt los, so wie das von Bitwig auch kommt. Und bisher fahre ich sehr, sehr gut damit, dass ich das jedes Mal so anpasse. Ich habe allerdings halt, wie gesagt, so meine Farben und so meine Idee, meine Struktur, meine Organisation, wie ich da generell vorgehe. So, das war es schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, drückt die Glocke, abonniert den Kanal, teilt das Video und kommentiert, stellt Fragen, stellt eure eigenen Ideen drunter. Das würde mich auch interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.